Letzter Part für jetzt. Erstmal. Ja, erstmal schon. So, was bauen wir hier alles drauf? Hier machen wir auf jeden Fall mal ein... Ne, Präzisionsgewehr machen. Ich halte, dass wir hier keinen Granatenwerfer drauf machen können. Das ist das Gewehr. Ah, da hat sie noch mehr Munition. Alter, hier können wir uns austoben. Ich suche aber eine ganz bestimmte Munition. Wenn es die nämlich hat, dann... Ja, hat's. Ich habe da nämlich eine kleine Idee. Die SCAR, da finden wir nämlich nicht sehr viel Munition dafür. Aber für die schon. Deswegen würde ich nämlich eher sagen... Jawohl, da können wir nämlich alles drauf machen, was wir auf die SCAR auch drauf machen können. Die ist zwar nicht so stark wie die SCAR, aber dafür finden wir mal Munition für die. Und die habe ich nämlich auch oben gesucht. Deswegen hat es nämlich auch so lange gedauert. Äh, weil wir hier noch so viel Munition haben und weil wir das sonst nicht haben, gucken wir nochmal nach, ob wir von allem genug haben. Ah, gut. Los geht's. Jetzt geht's richtig los. Ja, wir sind voll bewaffnet, wir sind voll mit guter Munition, jetzt können wir das richtig, jetzt können wir das schaffen. Jo, wir schaffen das. Und hier kommt natürlich eine super Grafik zu... Eine gute Grafik zustande. Boom, ouch. Äh, muss man wirklich sagen. Der Teil der Info kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin es mal in der Art in Crisis ein. Nein. Diese Strände? Ich glaube schon. Und hier wird irgendwas bombardiert und ich hoffe, ich werde nicht bombardiert. Und das ist, glaube ich, der Hauptberg da hinten. Es gibt da einen Hauptberg. So viel kann ich ja schon mal sagen. Äh, das Laservisier machen wir runter, oder? Nee, nee, jetzt lassen wir drauf. Ähm, ja, Präzision hat eigentlich auf der Shotgun nicht so viel zu suchen. Nee, nee. Ach du Scheiße, da kommt ein Auto. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Äh, das wollten wir noch schön fertig machen. Dann nehmen wir einfach ein Sturmvisier. Das ist schmerzig. Und dann nehmen wir schon mal unsere Sniper. Weil wenn wir jetzt nämlich durchgucken, ah, der ruckelt kaum. Also nicht ruckelt, sondern halt, ja, du wirst was ich meine. Oh, wie ist dieses scheiß Auto. Da ist gerade eben ein Auto gewesen und das will ich ab-snipern. Das tümpfte in dem ganzen Auto ist nämlich der Schütze um auf dem Dach. Psycho, starke KVA-Verbände auf zwölf Uhr. Irgendwelche Alternativrouten? Negativ. Verdammt. Ich helfe dir aus der Luft, solange ich kann, okay? Alter, die schießen dich noch ab. Ist das was Neues? Achtung, die Koreaner haben die Straße abgeriegelt. Lass dich nicht von ihnen überraschen. Geschafft! Sehr schön! So. Aufstehen. Aufstehen. Zack. Wie viele Granaten haben wir da eigentlich noch? Mhm. Zehn Stück. Du könntest mir eigentlich in dem mal helfen, nehm du. Ja, bringt nur leider nix, was ich da gerade mache. Boah, scheiße. Das war jetzt scheiße. Der soll den scheiß Heli hier machen. Alter. Erkul-Jungle. Scheiße. Alter. Fick dich, du scheiß Helikopter. Echt, ey. Mach doch den mal he. Wie soll ich denn den he machen? Wer soll das machen? Wenn der nicht abhaut, dann habe ich ein kleines Problem. Chen. Aber die kann ich auch nicht absnipen, also. Scheiß, trick da. Ich muss es nur in so ein hässliches Auto reinschaffen. Energie kritisch. Oh, nein. Es leckt. Ja, ich auch gerade ein bisschen unübersichtlich. Ach, scheiß drauf da. Oh, ihr Wichser, echt, ey. Das werden sie schaffen. Immer wenn ich den... Oh, der Heli, der nervt. Ja. Termfeld aktiviert. Ach, ich mach dich, du Mischker. Energie kritisch. Ich bin alle Panker. Oh, du bist die Tante. 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 Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Stecken. Okay. Okay. Alter, jetzt wird's krank. Alter, so ein einzelner Typ hat doch niemals die Chance gegen so einen scheiß Helikopter. Jetzt wird's aber krank. Und das laggt. Oh, Mann. Ich seh nix. Bisschen was wenigstens. Oh, da hinten. Alter, warum muss der immer dann nachladen, wenn ich grad schieß? Haha, scheiße, Helikopter sieht mich hier drin nicht. Aber Feinde sehen mich hier drin. Ich glaub, bald hab ich's geschafft. Ich bin dumm. Tarnfeld aktiviert. Los, los! Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich geb dir gern noch den Rest. Oh, Mann, warum, warum, warum... Oh, komm, verfick dich. Oh, komm, hau ab, hau einfach ab! Hau ab, du Arsch! Ein Arsch mit Ohren, echt. Und ich muss schneiden. Ich bin lira. Ich bin, ejer, nee. Ich bin, мож ich... Und ich bin, was in der Mitte. Ich bin, was in der Mitte. Ich bin, was in der Mitte.